Ich kann mir Wien ohne das Riesenrad gar nicht vorstellen. Wenn ich durch den Prater fahre, dann ist das für mich wie eine Zeitreise zu einem alten Freund. Ganz in der Nähe ist das Atelier von Giulio, auch ein alter Freund. Bei ihm zu Hause in Italien ist er einer der besten Comiczeichner. Hier in seiner Atelier in Wien entstehen seine klaren und beruhigenden Malereien. Georg kümmert sich um den richtigen und hochwertigen Rahmen für Giulio's Bilder. Mit den besten Materialien zu arbeiten, ist eben nicht nur ein Genuss, sondern macht auch Freude auf das Ergebnis. Das sieht zum Beispiel auch nur so, die ich manchmal im Supersens treffe. Oder Ferdinand, einer meiner ältesten Freunde, der auch Zeichner und Maler ist. Aber mehr von alledem in Wiener Stories. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Überallem in Wiener … Schmerz dich aus dem Wiener folgen. Gibi aus dir, du verhann in Wiener, die auch in Wiener, die ist kein Wiener这里, Geist eines ZDF für funk, 2017